Herzlich Willkommen zu Operation Metro Team Deathmatch. Team Deathmatch. Und jetzt sind wir in einem Team. Du wurdest schon mal zu mir geschoben oder ich zu dir oder wie auch immer. Ich geh da mal in Squad Charlie zu dir. Ich lade noch irgendwie, also... Das wär schön, aber du bist trotzdem bei mir. Ich hab keine Ahnung was... Du hast dir keine Ahnung von gar nichts? Spiele ich dann hier mal schön? Ich mach ein bisschen was anderes. M93R, warum nicht? Ist hier noch irgendwas gekriegt? Nö, 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 okay. Zurück. Nö, 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 nö. Und beitreten bitte. Hm, ich nicht alles. Erster Kill. Ich hab in die Ecke wartet noch einer. Nein, der hat auf mich gewartet. Nein, der hat auf mich gewartet. Nein, der kam von hinten, die Sau. Toll. Nein, der hat auf mich gewartet. Okay. Okay. Nö, 76 Prozent, ey. Unsinn. Wieso sind meine Teamkollegen immer weg? Achso, das ist ja Team. Das ist ja nicht. Nö, 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 nö. Okay, da hab ich nichts zu sagen. Okay, da hab ich nichts zu sagen. Auch hast du. Nö, 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 nö. Hat sich nicht angehört noch? Nö, 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 nö. Mann. Boah, das Ding lange zum Nachladen. Wow, zwei Kill. Du hast auch schon keinen. Hm. Aha. Du sitzt nicht am Haus, oder was? Wir sitzen überall, ja. Nein, der muss wieder aufpassen. Scheiße, guck ich gar nicht. Ah, nein. Er muss wieder aufpassen. Fünf Prozent hat er noch, ey. Ich darf's nicht. Ich muss nur noch mal den Fuß stoßen, dann ist das gut. Ah, die Waffe eigentlich gefällt mir hier. Abgesehen vom langsamen Nachladen hier. Das L 86. Das ist total gut. Ach ne, ich hab das L. Schnitt. Ach, ne, ich hab's nicht gemacht. Ach, Ne, ich hab's nicht convert. Ja, das ist ein Pfeierabend. Levor. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. ja rohen muss die kunden früher gedrückt Was ist das denn? Die Idioten haben nicht mehr gebraucht. Die blöde Granate kommt zurück. Oh so, sie hat ihn getötet, cool. Oh, ich hab nicht durch das Fenster gesprungen. Blöd. Was ist das? 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 Ich bin hinter dir. Ich kam gerade aus dem Holz gefahren. Was ist das? 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 Oh Gott! Was ist das? 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 Spaß eh! I don't know what to do! Wow, das ist ein schönes Leg. Oh, das war auch ein Gegner. Junge, Junge, Junge. Ich habe nicht immer die Gegner von Dürfreich auseinandergehalten. Nein! Verdammt. Silvester auch. Cool, cool. Ah, go away. Geist! Geist! Get riden Sie. Das ist eine Munition! Hier drüben! Diese Munition! Kämpfe! Kämpfe! Die Kugeln, Mann! Schon wieder, ey! Wie kann man denn mit... ...der scheiß Pumpgun so'n geilen... ...Hertschot hingekriegen über die ganze Zeit. Das ist vielleicht diese Flak-Munition. Das ist doch nur noch ein Geschoss. Gab's doch früher auch schon. Die! Glaube ich. Ja. Da hast du an der Musik. War ich gut! Wieso? Ist da ein Unterschied? Ich bin noch nicht aufgefallen. Ich bin noch erst Level 19. Ich darf noch Nubi sein. Ich auch. Ganz viel Resupply und Suppression. Und natürlich das TDM Winner Ribbon. Ja. Aber gut. Hat Spaß gemacht. Naja. Hätte das so sein können. Ja. Die Eingewöhnungsphase war ein bisschen... ...bei mir aber sonst wo gut. Statistik? Ach nein. Punktgestanden. Da sehen wir's nochmal. Und... Tschüss. Reino.